der goldene oktober ist da herrlicher sonnenschein in berlin und wir sitzen in unserem eigenen port was sind das für coole teile oder die fahren ab und vor durch berlin und ihr könnt das auch machen und zwar mit der ganzen firma genug auf uns sind ja da und unser berlin reporter von die schmidt nimmt euch jetzt mal mit auf die geilste tour durch berlin so 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 Bis zum nächsten Mal. So, also Toni schnieft schon. Ich hab dich ja vertraut die ganze Zeit mit dem Auto. Wie ist dein Fazit? Sensationell. Es macht einen Riesenspaß. Du hast einen wahnsinns Flirtfaktor. Diese Diener sind total leicht. Die gehen ab wie Schmitzkatze. Schmitzkatze. Und du kriegst vor allen Dingen von Berlin eine völlig neue Perspektive. Und zwar die Perspektive der Dackel- und Dobermänner. Ja, also cool. Kann ich weiter empfehlen. Ja, macht wirklich sehr viel Spaß und ist eine tolle Sache. Bis zum nächsten Mal.